Hallihallo und herzlich Willkommen. Heute möchte ich euch Planet Quest vorstellen. Wir zocken es einfach mal an und gucken mal, was es so für eine App ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir gehen einfach mal auf Play und gucken, was hier so geht. Ah, okay. Jetzt weiß ich erstmal, was auf den Hof hier haben. Wir müssen die Typen hier wegklatschen. So. Don't zap the flowers. Ah, okay. Die dürfen wir nicht wegmachen. Gut, haben wir ja was dazugelernt. Nur die Teile müssen wir killen. Von daher läuft es ja gut. Wissen wir erstmal Bescheid, was wir jetzt für eine Aufjaber haben. Das ist natürlich immer sehr wichtig in so einer App. Alter, vorbei. Bittere Kiste. Der war aber auch relativ schnell. Konnten wir ja nicht schaffen. Jetzt kommt wieder so eine Pflanze. Die müssen wir natürlich in Ruhe lassen. Oh, yeah. Vorbei. Nein. Yeah. Der war wichtig. So was nun. Ach, geht weiter. In der anderen Welt. Ah, bitter, bitter, bitter. Jetzt haben wir hier unseren Score. 160 Punkte. Der beste Kombo war mal 4. Wissen wir Bescheid. Können wir natürlich auch weiter gehen und weitermachen. Gut, jetzt habe ich auf jeden Fall richtig gepennt. Probieren wir gleich nochmal. So, dann beginnen wir, wie gesagt, und gucken, was hier so geht. Ah, der war knapp. Yeah, den haben wir getroffen. Nein, der war bitter. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Was war denn das? Probieren wir das einfach gleich nochmal. Alter, wie schwierig. Also wird auf jeden Fall immer schwieriger. Mal etwas weiter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Oh. Ohohoho. Ist das eine heftige App, ey. Krasse Sache. So, jetzt haben wir einen Score von 60. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter in die nächste App, äh, Map. Und zocken da einfach weiter. Und wird immer kleiner. Zehn Punkte nur, das war ja wirklich nicht so Bombe. Wir schließen das hier erstmal und probieren das einfach mal nochmal. So, dann beginnen wir und gucken einfach mal, was wir jetzt hier so reißen. Ah. Es wird immer kleiner und dadurch auch immer schwieriger. Ey, das sah so gut aus. So, probieren wir das einfach nochmal. Ich würde auf jeden Fall meinen Highscore nochmal verbessern. Alter, das verändert sich jedes Mal. Der Sound ist auf jeden Fall auch cool gemacht. Geiler Sound auf alle Fälle. Oha. Was, eh mal verkackt und gleich vorbei. Gut, wie ihr sagt, coole App auf jeden Fall. Den Link schmeiß ich euch, wie ihr sagt, unter dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass ihr die App einfach mal anzockt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sie so findet. Wie ihr mein Let's Play so fandet. Und wenn ihr noch ein bisschen was von mir sehen wollt, würde ich euch auf jeden Fall raten, mich zu abonnieren. Wäre auf jeden Fall cool. Würde mich drüber freuen. Und lasst auf jeden Fall mal ein bisschen was in den Kommentaren da. Würde mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und gut, wie ihr sagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.